Hi und herzlich willkommen. Sieht das nicht gemütlich aus? Hi, hier ist wieder euer Marco und ich meine, wer hatte schließlich nicht schon mal Bock irgendwie auf dem Campingplatz, am See, im Garten oder der Terrasse spontan einen Kinoabend zu veranstalten. Und mit diesem Räuber ist das jetzt ganz einfach möglich. In diesem Video schauen wir uns den mobilen Mini Beamer BV30 von BenQ mal genauer an. Also lasst uns loslegen und vor allen Dingen bleibt bis zum Ende dran, denn es gibt in einer Verlosung einen Beamer zu gewinnen. Das Video ist dabei wie immer in Kapitel unterteilt. Springt einfach, wenn ihr nicht so viel Zeit mitgebracht habt, in der Timeline an den Punkt, der euch am meisten interessiert. Und jetzt fangen wir erstmal mit dem Design und den grundsätzlichen Eckdaten an. Der Beamer wurde von BenQ im Vergleich zum Vorgänger in allen relevanten Bereichen deutlich weiterentwickelt und besonders die Form bzw. das Design fällt direkt ins Auge. Er kann entweder per Gewinde auf eine Halterung montiert oder ganz einfach in der magnetischen Halterung ausgerichtet werden. Das funktioniert extrem gut und sorgt dafür, dass er das Bild bei Bedarf auch locker an die Decke projizieren könnte. Als Betriebssystem befindet sich ein Android TV Stick im Lieferumfang. Dieser wird eben nach Mauspacken einfach in der Seite eingestöpselt, danach Deckel drauf und fertig ist die Laube. Ja und für alle Abenteuer, die der kleine Racker so erleben wird, bekommen wir im Lieferumfang zudem noch eine wirklich sehr fesche und hochwertige Tragetasche und eine hübsche gelbe Trageschlaufe an der Oberseite, damit wir den Beamer halt auch immer praktisch durch die Gegend tragen können. Dieser ist ansonsten sehr aufgeräumt. Es gibt vier Knöpfe an der Oberseite für die Nutzung als Bluetooth Lautsprecher, der An- und Ausschalter und ihr könnt dort auch lauter und leiser machen. Ja die Fernbedienung ist dabei ein absolutes Gedicht. Sehr schönes Design, liegt toll in der Hand, alle Knöpfe sind sinnvoll angeordnet, gutes Druckfeedback und zudem ist die Taste für die Spracheingabe auch direkt in der Mitte zu finden. Das ist von vorne bis hinten absolut durchdacht, lässt keine Wünsche offen und ist bei der Produktkategorie absolut vorbildlich. Ja und ist mal keine Strunkwelle in der Nähe. Habt ihr auch noch einen integrierten Akku, der den Beamer bei leicht verminderter Helligkeit völlig autonom so circa eineinhalb bis zwei Stunden am Laufen hält. Einen Film schafft er also auf jeden Fall, außer bei Marvel mit Überlänge wird es ein bisschen knack. Aber in Summe sieht das alles sehr schick aus. Und jetzt kommen wir mal zu Sound, Betriebslautstärke und Bildqualität. Der sehr gute Klang wird von einem integrierten 2.1 Soundsystem mit zweimal 4 Watt Lautsprechern und einem 8 Watt Tieftöner sichergestellt. Und das hat mich in der Praxis auch wirklich extrem beeindruckt, weil das System so kompakt ist. Aber da kommen wir gleich beim Audio Praxistest auch nochmal zu. Und gemeinsam mit dem sehr leisen Betriebsgeräusch von gerade mal 29 Dezibel ist es definitiv eine runde Sache. Und die seitlichen Anschlüsse bieten USB-C, HDMI, Audio und den Stromeingang. Und damit kann unabhängig vom Android TV Stick, halt jeder Laptop oder alle anderen Spielekonsolen etc. mit dem Beamer ganz einfach betrieben werden. Ja und beim Bild müssen wir jetzt alle gemeinsam mal kurz ganz stark sein, da wir in Anführungszeichen eben nur ein HD-Beamer haben. Also eine native Auflösung von 1280 x 720p oder auch 720p genannt. Es ist also kein Full-HD-Beamer, aber das macht den Braten in der Praxis absolut nicht fett, da man eh sehr weit vom Bild entfernt sitzt. Ihr seht gleich in der Praxis, was ich meine. Und die Helligkeit ist mit 300 Lumen ganz ordentlich für einen mobilen Beamer. Also die billigsten Modelle fangen gerade so bei 100 Lumen an. Es reicht aber nur für einen leicht abgeduckelten Raum. Kein mobiler Beamer schafft genug Helligkeit, um an einem sonnigen Sommertag mitten im Garten betrieben zu werden. Die LED Lichtquelle hält dabei locker 20.000 bis 30.000 Stunden Betriebszeit aus. Und man kann zusammen mit dem stetigen Software-Updates von BenQ auf jeden Fall von einem jahrelangen treuen Begleiter sprechen. So, genug Theorie, auf in die Praxis bzw. rauf auf Sofa oder für meine Fellnasen ab in den Karton. Schnappt euch das Popcorn und was mir direkt sehr gut gefällt ist eben die sehr schnelle Reaktionszeit im Menü und der Umstand, dass fast alle relevanten Apps an Bord sind. Amazon, Disney+, YouTube, Spotify. Aber warte mal, was ist das? Wo ist bitte Netflix? Und das hat leider grundsätzlich den Beamer-Markt noch nicht für sich entdeckt und daher hat kein mobiler Beamer am Markt eine direkt integrierte Netflix-App. Aber hier zeige ich euch am Ende vom Video noch kurz, wie man das Ganze umgehen kann. Als Leinwand habe ich hier einfach eine weiße Dachsträge und das Bild richtet sich mit dem Autofokus inklusive Trapezkorrektur eben automatisch aus und stellt sich auch noch scharf. Beachtet dabei bitte, dass der Beamer keinen Zoom besitzt und die Bildgröße sich somit ausschließlich über den Abstand zwischen Beamer und Leinwand oder Wand eben einstellen lässt. Also nun ist alles vorbereitet für unseren Praxistest und aus rechtlichen Gründen kann ich euch keinen Originalsound der Filme oder Games einspielen. Daher machen wir gleich einen eigenen Soundcheck und ihr macht euch erstmal einen Eindruck von der Bildqualität. Ja bitte beachtet dabei, diese Streifen, die von oben nach unten laufen, die liegen natürlich nur an der Kamera, dass ich halt einen Bildschirm abfilme und sind in echt natürlich nicht zu sehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Damit könnt ihr den GV30 Beamer ganz locker über 6 Stunden auf der höchsten Helligkeit betreiben und die ganze Nacht durchmachen, wenn ihr da Bock drauf habt Also wenn ihr euch für die beiden Produkte interessiert, dann nutzt halt herzlich gerne meine Links in der Infobox um meine Arbeit ja ein bisschen zu unterstützen Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen Zusammenfassend kann man wirklich sagen, dass BenQ mit dem GV30 den idealen Spagat zwischen Preis, Sound, Mobilität, Bildqualität und Komfort hinbekommen hat In der nächsten Version darf es natürlich eine Full HD Linse sein damit es noch cooler wird Und so, jetzt kommen wir am Ende mal zur angesprochenen Verlosung Und zwar verlose ich nämlich am 01.02.2023 einen GV30 Beamer im Wert von 500 Euro Und alles was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar zu verfassen unter diesem Video, wo ihr euch damit einen Film ansehen würdet und zusätzlich den Kanal abonnieren Die Verlosung stelle ich dann an genau dem Datum bei Insta und auch bei YouTube online damit ihr eben auch seht, dass alles fair abgelaufen ist Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Macht's gut, ciao, euer Marco Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 dent Tschüss D